So, was haben wir noch alles zu tun? Ihr seid am Essen kochen. Da brauchen wir auch ganz viel von. Wir brauchen eigentlich noch eine zweite Küche. Wir brauchen allgemein mehr Platz. Viel mehr Platz. Stimmt eigentlich. Wir wollten eigentlich nach oben bauen. Das mit dem Dirt passt jetzt nicht so ganz. Aber gut, dann müssen wir wieder abreißen. Na gut, wir haben da eine Küche. Meistens müssen wir nicht so viel auf Vorrat herstellen. Ja, das passt schon irgendwie. So, gut, was haben wir da? Eine Kuckucksuhr. Schön, wir haben eine Kuckucksuhr. Was für ein unnötiger Tinnif. So, Seilstahlhelm. Wir können auch keinen Stahl herstellen, aber ich weiß, wie Stahl geht. Also könnten wir es herstellen, wenn wir dann Eisen hätten. Wir haben null Eisen. Das ist wenig. Die dramatische Musik der Nacht passt echt nicht immer. So, du bist da unten eingesperrt. Die ganzen können hier mal weg. Bevor ich jetzt wieder zig Kilometer in irgendeine Richtung gehe. Hier ist nur ein Wiehole, richtig? Wie viele Lebenspunkte habt ihr so? Voll, fast voll. Okay. Die haben alle nichts zu tun. Komm hier. Nehmt euren Tee. Genau. Alle schön Tee abholen. Und dann geht doch bitte mal arbeiten irgendwo. Wir sollten nicht allzu direkt runter bauen. Also machen wir mal... Hunter. Machen wir mal hier einen Weg runter. Und dann eventuell eine Abzweifung nach da. Dass wir hier Erfahrungspunkte abgrasen können. Denn dafür sind die primär da. Jeder gibt 40 Erfahrungspunkte. Egal wie stark er ist, so wie ich das gesehen habe. Deswegen muss auch die Schnecke da sterben. Pilz muss weg. Das muss weg. Kann ja nicht sein, dass die alle nichts zu tun haben. Wo ist das Essen? Ich bin am verhungern. Ja, ja, ja. Da. Ich will nicht wissen, wie das mit 20 Zwergen oder so spät ist. Die sind bestimmt alle durchgehend am Essen. Aber gut. Also wir haben Schlafräume. Das hier oben muss wieder weg. Das geht nicht. Das geht ganz so gar nicht. Das ist hässlich. Hier unten könnten noch Arbeitsräume rein. Aber dann haben wir das Problem, dass hier dann ein Boden hin muss. Also wenn wir jetzt so machen. Oh, das sah schmerzhaft aus. Dann muss ich hier wieder am Boden hin. Denn ist der ganze Weg blockiert. Was doof ist. So, hier bitte Stein. Stein, 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 Stein. Fackel weg. Da muss auch noch einer hin. Fackel weg. Was bist du? Eine Turmspitze. Das oberste Elemente Berg. Burgtürme. Wir haben keine Burg. Wir haben einen Bunker. Wir hocken in unserem Bunker und braunen Tee. Weil wir Zwerge sind. Mit unseren Terragotta-Wänden. Ach ja. Aber genau. Das muss jetzt alles mit schlungen gebaut werden. Ist okay. Das muss auch alles weg. Die Fackel muss weg. Und alle meckern währenddessen, dass sie Hunger haben. Baustein. Baustein. Kriegt ruhig ein Portal hier. Genau. Wollen uns ja nicht gelumpen lassen. Baustein. 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 Wir müssen bald Stein abbauen. Mehl. Okay. Baustein. Baustein. Baudurchgang. Entferne die Fackel. Ja. Sieht doch schon mal okay aus. Das da. Muss eventuell weg. Oh. Nächster Punkt. Muss die Werkstatt und das Schmiedelzeug usw. überhaupt alles hier in dem Bunkerbereich sein? Also in dem von Sternen abgetrennten Bereich? Können wir es einfach auch hier hinbauen? Also auslagern. Und hier dann wirklich nur die Schlafräume hinbauen? Ich glaube, das teste ich mal. Ich nehme mal die Werkbank hier weg. Und setze sie einfach hier unten irgendwo hin. Und dann gucke ich, was passiert. Baustein. Oh, ist das Essen. Ich bin einfach hungern. Ja, hier. Hier ist das Essen. Nicht viel, aber da. Nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm. Achso, kein Platz mehr. Mehr Essen. Salat. Salat. Ja, zwischendurch Salat muss auch gehen. Bier haben wir kein Fass für. Gebratener Fisch haben wir kein Fisch und kein Öl für. Aber Öl. Warte mal, Öl ging recht einfach. Da brauchten wir nur... Eicheln oder so. Mit Tannenzapfen? Tannenzapfen und Stein? Irgendwie so zum Zermahlen war der Stein. Ähm... Nein. Nein. Oh. Nein. Hm. Okay, wir sollten definitiv mehr Bäume schlagen. Jetzt haben wir ja auch Bäume hier. Ich hätte gerne größere Bäume wie hier zum Beispiel. Und das ist auch ein Wildschwein. Sehr schön. Also... Portal. Dahin. Hacken. Hacken. Töten. Hacken. Fählen. Aha. Warum war der Schrei so nah dran? Achso, geht schon wieder alle durch. Haida. Nicht den Käfer, das Schwein. So, gib ihm. Genau, aus den Dingern da. Und ich sehe schon wieder den ersten Zwerg hier ertrinken. Also mache ich das mal weg und das da weg. So, alles einsacken bitte. Genau. Die Bäume sind hier auch komisch. Mit zwei Blöcken Wasser jeweils. Na gut, das wird eh alles weggesammelt. Es wird bald kein Wasser mehr auf der Karte geben. Wenn der Plan aufgeht und so. Nee. Genau, hier haben wir schon alles ausgehöhlt. So, perfekt. Burgraben, Burgraben, alles gut. Die Konten springen die Gegner, oder? Sollte ich mir nochmal genauer angucken. Und die Schnickelstipp bitte. Das sind Erfahrungspunkte. So, der Weg hierher wäre soweit gut. Machen wir hier mal zwei da von hinten. Dann hätten wir gerne hier ein, hier ein Durchgang. So. Flupp. Das da muss weg. Das, 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 das. Das da muss weg. So, dann würden wir gerne hier alles töten. Das sind nämlich ganz viele Erfahrungspunkte. Boing. Feuerpfeil. Na schön. Wo geht die jetzt schon wieder hin? Achso, da oben arbeiten. Ja, das ist okay. Zoink, 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 zoink. Da kommt Stein, Baustein. Da kommt die weg. So, ich wollte jetzt die Werkbank hier unten hinsetzen. Wo ist die Werkbank? Da, Werkbank. Da. Jetzt brauche ich irgendwas, was eine Werkbank braucht. Steht der mal da unten, oder? Info. Ne. Metalltruhe, bitte durch Schmiede. Hölzerne Truhe, bitte durch Werkbank. Schloss. Wir haben kein Schloss. Brauchst du eine Werkbank? Nein. Du brauchst Eisen. Wir haben keine Eisen. Komm schon. Bitte durch Küche. Was? Ziegel braucht Küche. Wegen dem Ofen, hm? Okay, geh über und denk nach, bevor du jetzt wieder rumklickst. Was braucht eine Werkbank? So logisch gesehen. Äh, eine Kuckucksuhr. Werkbank, sehr schön. Silber, Eisenerz und drei Holz. Wir haben aber immer noch kein einziges Eisenerz. Das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Ist das Portal hier hinten noch da? Ja, aber nicht mehr allzu lange. Ihr sollt das hier mal alles einsammeln. Und das da muss weg. Sicherheitshaber, ein neues Portal da hinten. Genau, schön einsacken. Haben wir jetzt einen von diesen Tannensapfen. Nö. Die werden alle immer verputzt. Das ist... Nö. Ey, die Tische sind auch leer. Kann ich dir nicht vorwerfen. Gemischter Salat. Ich kann das nicht mehr sehen. Es gab jetzt gerade drei Tage lang Tee und Fleisch. Wie kannst du das denn nicht mehr sehen? Boah, Pannausen. So. Ja, das muss weg. Wir brauchen wieder Licht. Lager. Wo sind die Fackeln? Da sind die Fackeln. Licht. Da und da. Da und da. Das sieht nicht sehr symmetrisch aus. Ach so, hier war es wegen der Schmiede... Nee. Na gut. Hilf nix. Du weg. Da. Dramatische Musik. Also haben wir es wieder Nacht. Mhm. No. Lederhelm. Kochbuch. Und ganz viele Gegner, die wegen dem das Zeug hier nicht durchkommen. Genau. Hüpf. Können ruhig ein paar mehr herkommen. Und helfen. Genau, genau. Kommt einfach alle her und hilft. Und wenn ihr die Mäute hier rausbricht, haben wir gleich ein paar Zwerge da. Ja, komm. Ich muss erst mal das da wegmachen. So, hier ist aber. Gib ihm. Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. Portal. Warum geht hier jetzt... Machen die zwei das halt alleine. Oh. Ein paar mehr. Aha. Und weg. Sehr schön. Das hätten wir gerne alles. Das Eisen hätten wir sehr gerne. Kling. Statue. Oh, sieht sogar cool aus. Cool. Das da oben weg. Der da muss sterben. Und weil wir es können, hier einfach mal Licht hin. Oh, Kohle kommt auch mit. Kohle kommt mit. Oh, das war es hier erstmal. Also haben wir dieses zirpende Plagegeister-Ding hier auch entfernt. Gut. Und wir können jetzt das komische Ding bauen, um es in der Werkstatt zu testen. Was war das komische Ding? Brauchst du vielleicht eine Werkstatt? Nö. Die Kuckucksuhr. Genau. Die Kuckucksuhr. Kuckucksuhr bauen. Silber. Eisen. Braucht Werkbank. Okay. Gib ihm. So. Entweder können wir es jetzt bauen. Dann ist alles gut. Dann können wir die Schmiede und die Küche und so weiter auslagern. Oder wir haben ein Problem. Und das geht echt nur innerhalb von dem Sternbereich. Zwei Zwerge haben nichts zu tun. Das ist nicht gut. Und er baut das Ding. Okay. Das heißt, das hier kann weg. Das hier kann weg. Das da kann weg. Und hier können überall Betten hin, theoretisch. Praktisch müssen wir gucken, ob wir das machen. Und wo lassen wir? Lassen wir es mal da. Dann bauen wir Tische. Ein, zwei, drei. Da hin. Und bauen hier Tische hin. Wo immer genug Essen ist. Auf jedem Tisch eine verschiedene Mahlzeit. Und er flucht, weil es dunkel ist. Okay. Und hier gerne noch eine Küche, wenn wir das noch bauen können. Ein Kessel. Brauchen wir wieder Eisen. Minnow. Wir haben sechs Münzen. Und wir haben viel zu viel Wasser. Das muss weg. Das muss weg. So vor Ort. Ich hoffe mal, die müssen dafür nicht extra ganz runter springen. Doch, müssen sie. Da geht es schon nicht mehr. Achso, dann kann er noch stehen. Deswegen geht das. Ne, wir gucken, wie das da funktioniert. Das hier muss. Eine Münze sind drei Eisen. Also könnten wir 18 Eisen holen. Und... Ja... Ich suche lieber... Ah, hier ist Eisen. So, ich kämpfe lieber hier durch. Oder porte mich einfach direkt hin. So. Aha. Hunter. Ja, fangt allein zu schreien, obwohl ihr noch meilenweit entfernt seid. Das ist gut. Da runter. Das alles abbauen. Ihr kriegt auch schon mal zwei davon drauf. Dass, wenn ihr hier runter grabt, dass die gleich runter putzeln. Ah, Silberrüstung. Ah, das sieht edel aus. Ah, das dauert noch ein bisschen. Kling, kling, kling. Das mit den Rohstoffen könnte später echt ein Problem werden. Also, wenn wir 20 Zwerge haben, wir wollen alle in Mitril ausrüsten zum Beispiel. Gibt es eventuell gar nicht genug Mitril auf der ganzen Garte. Hm. Müssen wir dann gucken. So, hier kommt noch einer da drauf. Da kommen noch zwei hin. Das ist gut. Jetzt shop, shop hier. Alles wegmachen.